Die Magenta-Sport-Skills-Challenge. Das Duell vor dem Duell. Aue. Ich liebe diesen Druck. Gegen Dresden. Fast so viele Punkte wie Aue letztes Jahr. Los geht's an der Strafraumkante. Ball an die Latte. Drei Versuche, pro Treffer ein Punkt. Ob Dimi Nazarov mit Druck umgehen kann? Auf, auf, auf. Ah, das ist der erste, weil du mit Druck umgehen kannst. Genau so sieht's aus. Und direkt den zweiten ransetzen da. So sieht's aus, Zima. Da sind wir doch. Jetzt nicht zu locker werden, Dimi. Zwei von drei ist auch nicht schlecht. Ist super. War okay, war okay. Voll verhauen der Letzte. Dynamo schickt Keeper Stefan Triliaccia ins Rennen. Ich straff dich jetzt, ehrlich. Ah, der war dran, auf jeden Fall. Zu früh gefreut. Schauen wir doch noch mal genau hin. Ja, Junge. Klasse, 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 klasse. Jetzt aber. Aufkommt. Super Ding. Hätte man lieber den anderen Torwart mitgenommen, Alter. Die Teamchemie bei Dresden stimmt. Nicht. Next up, die Ecken-Challenge. Auch hier drei Versuche, drei Punkte. Let's go. Oh, BM. Allein der Name sagt schon alles aus. Ist das jetzt gut oder schlecht? Bei dir weiß man nie, Tim. Komm, hol. Eins. Ja, Junge. Klasse. Jawohl. Ja, Alter. Der ist zu weit. Zwischenstand drei von sechs. Hast du vier Punkte wie Aue letztes Jahr. Hui, Shots feiert. Aue, lasst ihr euch das gefallen? Martin Mennel, bitte. Auf geht's, Martin. Hau rein. Gut aus. Super, sinnbar. Wenn es läuft, dann läuft es. Ja, manchmal läuft auch nur die Nase. Ja. Da geht's los, lieber. Ja, ja. Oh, nee. Das gibt's ja gar nicht. Ach du Scheiße. Latte rettet, oder? Netter Versuch, aber wir sind hier nicht auf dem Bolzplatz. Letzte Challenge. Letzte Chance. Pass Challenge. Ich muss aufs Klo. Mama, wann sind wir endlich da? Wie ein Kleinkind. Nix da, Marvin. Los geht's. Ich wollte mindestens fünf, aber eine bittere Pille müssen wir schlucken. So schlecht ist das nicht. Mal sehen, was Konkurrent Knipping drauf hat. Das ist ja nicht so gut. Okay. Ich muss aufs Klochen. Komm, komm. Na, zufrieden, Männer? Nein. Nein. Wir sparen uns das für die Saison auf. Kommen wir zum Ergebnis. Erzgebirge Aue 6. Ist das stark, oder ist das nicht stark? Dynamo Dresden 5. Die Macht aus dem Schacht gewinnt die Magenta Sportskills Challenge gegen Dynamo Dresden. Wie es auf dem richtigen Drittliga-Rasen aussieht, das Ost-Derby am Sonntag live bei Magenta Sport. So dann, schönen Feierabend. Ciao. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.